Hi und herzlich willkommen in unserem Video. Das ist der Ninos, nebenan steht da Julian, ganz außen der Arek und ich bin der Matze. Wir erzählen euch jetzt ein paar Themen zu dem Ninos, ob ich was jetzt sagen wird. So, wir haben den Auftrag, die sieben Verschwendungsarten von Kaizen vorzustellen und haben dazu vorbereitet. Der Arek kauft sich vier, fünf Brötchen, doch er schafft sie nicht alle, sie werden schlecht. Er nimmt sie nicht mal mehr in die Brötchen. Landen im Müll, das ist doch nicht gerecht. Hätte er sich nur zwei besorgt, hätten die Brötchen nicht im Müll geschmort. Der Glühwein schmeckt, es ist schon kalt, das Weihnachtsfest kommt doch schon bald. Er begann die Reise nach Jerusalem. Es ist soweit, was soll das denn? Hätte er richtig nachgedacht, ging er zum Stand in Nachbarschaft. Ich warte nur und stand so lang, habe nichts getan, das ist doch klar. Wäre ich ein schlauer Mann, arbeite weit mir. Der Glühwein hat sehr gut geschmeckt, die Gläser sind leer und das Pfand muss weg. Anstatt jetzt einzeln loszugehen, würde ich sie einfach alle nehmen. Ein Handy hätte auch gelangt, doch weil wir es können, 4K hier prangt. Hi, wir haben den Auftrag, die sie verschmeckt. Mensch Matze, drauf zu lachen. Hätten wir uns mehr ins Zeug gehauen, gäbe es weniger Müll hier zu bestauen. Ein guter Schauspieler hättest gebracht, weniger Fehler, gute Nacht. Hi und herzlich willkommen in unserem Video. Das ist Darlino. Den Inhalt braucht ihr nicht nochmal sehen. Nach getaner Arbeit könnt ihr gehen. Es ist doch totaler Mist, mehr zu machen, als gefordert ist. Um sich das Ganze etwas einfach zu merken, prägt euch einfach Timmut ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.